Wenn ihr jetzt Stopp auf das Video drückt, dann könnt ihr vielleicht hier in diesem Bereich schon erkennen, wo es darum geht, nämlich um das Grundprinzip, was passiert, wenn Säure und Basen miteinander reagieren und wie man eine Reaktionsgleichung dann aufstellt. Aber machen wir uns nichts vor, das ist zu wenig. Ich habe große Unterrichtsmitschnitte und da wird das alles schön erklärt und das sagen ja auch die Kommentare, dass es alles in Ordnung sei. Aber da hinzukommen und das zu finden und so weiter, das ist immer so schwer. Deswegen habe ich hier ein Mini-Video erstellt und hier an der Stelle wird ein Link erscheinen. Wenn ihr auf den Link draufklickt, kommt ihr direkt an die Stelle des Unterrichts, wo ihr hinwollt und dann müsste es eigentlich klappen. Bevor ihr allerdings draufklickt, habe ich noch eine Bitte, hinterlasst einen Daumen, damit ich weiß, ob das so in Ordnung ist, wie ich das jetzt hier gemacht habe mit so einem Link-Video oder nicht. Vielen Dank dafür und bis dann im Unterricht. Tschüss!